Du kannst JustFind über die Webseiten der UB Gießen aufrufen oder du nutzt direkt die JustFind-Portalseite bei Hebis. Gib nun deine Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Du kannst auch die automatischen Vorschläge nutzen, ansonsten klicke auf das Lupensymbol zum Suchen. Wähle aus zwischen den Medien im Bestand der UB oder Artikeln in Fachzeitschriften im zweiten Tab. Du kannst die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien filtern, zum Beispiel nach Zugriffsart oder Verfasser. Die Treffer lassen sich auch sortieren, zum Beispiel nach Datum oder Relevanz. Die Details zum Exemplar geben Aufschluss über den Ausleihstatus des Buches oder den Standort in der Bibliothek. Bei elektronischen Medien gelangst du über einen Link oft direkt zum Volltext. Wenn du in deinem Ausleihkonto angemeldet bist, kannst du Treffer auch zu deiner Merkliste hinzufügen oder ausgeliehene Bücher verlängern. Wenn du mehr wissen willst, schau das ausführliche Video oder schau auf unseren Webseiten.